Hol Was brauchst du? Zinn und Kupfer Ach äh, ja, Zinn und Kupfer Was ist das denn mit einmal? Solltest du meine Rüstung nie anfassen Du hast Flimflamme bekommen, ne? Achso, ja Ei, du Arsch So, jetzt nochmal was Ich brauch Kupfer und Tin Oder Bronze Je nachdem was du hast Oder alles 3 Und Gold Brauch ich auch Hier, sag mir doch mal auf Ich brauch nur noch Blöcke Okay, auseinander nehmen Ah, ich glaub da komm ich nicht mit Schon wieder die scheiß Nachricht 1, 2, 3, 4 Oh, das reicht aber so gerade hier was du mir gegeben hast Aber so gerade Was denn? Das Zeug Dein Arsch Oder das reicht auch nicht, ich weiß es noch nicht Hat mir irgendwann auch Naja, jaja, schon gut Im E-System Ja, das ist im E-System sicherer, wenn wir irgendwas brauchen Ah Let's Da haben wir die hier auch drin Stein Ist doch wieder normal Ich brauch eins auf wieder einen normalen Stein Fuck ey Ich will vorne was tun Ah, das Deck noch Ach maaaannn Auf uns jetzt hier hab ich so'n Kackst-Kommelstorn hierhin Ah Wer, du? Ja Kennst du mich ja, ne? Ja, Kacki Ok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Das ist das, jetzt wollen wir noch das Äh, Nether Quartz Da Oder hab ich noch Genetics Genetics Prozessor, die hab ich glaube ich sogar Yolo Schauen, dass wir gleich gleich ein paar Schweine schlachten können Zendes freut sich immer auf die Schweine Hm Du bist behindert, ich weiß Ja Oh Haben wir irgendwo den Induktionsschmelzer? Ach, da oben war ja 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 Induktionsschmelze Tui Oh, da sind die ganzen Farbendinger, ja Nö, mäh nö Mäh, nö, nö Oh mein Gott Gerade ist es wieder nur so Gerade macht es auch Spaß ein bisschen zu questen wieder Wo man so viel machen kann wieder Ja, wir machen gerade extrem viel Schauen wir es mal so Den Da haben wir auch viel Material Was ist? Irgendwann ein Block fehlt oder so Ein Enderidium fehlt einer Enderbuckets sind da drinnen Genetics Wo sind die drin? Äh, hier Im MMS System Habe ich denn die scheiß Systemdinger hingepackt? Hm? Oder habe ich die verkürftet? Genetics Prozesse Die habe ich schon verkürftet, ja gut Muss ich es halt verkürften War drin? Oh 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 Ich krank dich echt Warum? Was ist denn? Nur so Du möchtest mich aber nicht kuscheln Na das möchte ich schon nicht Hahahaha Was denn? Da war doch genug drinnen Hab ich doch Du hast mich nicht gefragt Naja ich weiß Hast du dich fragen können Da ist so viel drin Da ist so viel drin Das wir ab Die Pulverweiler stecken können Und die nächste Quest ist auch fertig Aua Hör auf mich Das ist was kaputt gegangen Oh meine Hose Haha Geil ich hab hier noch irgendwo ne Hose Hier ist irgendwo drinnen Da Ich klau einfach die Hose immer Geil ich hab noch Flimflam Klamotten Ah der ist auch noch Genetic Ich muss irgendwie die noch gen manipulieren Die Bienen hier Dead 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 Okay haben wir auch Äh nächste Quest Oh mein Gott Genetic Alter Schwede Okay Genetik Genetik Davon brauchen wir bestimmt alle vier oder so So Scheint so Ah production Autofagic Und Stabi Die haben wieder Okay Wir haben Das auch fertig Mit den Blöcken Okay Also Diese Thermal Expansion Metals Äh die sind bei mir Oh die muss ich auch haben Oh mein Gott Oder hast du die Hast du manual protected bei dir schon? Hä? Hast du die manual protected schon bei dir? Ja Ja Weißt du das warte mal Sind wir in keiner Party mehr? Weiß er nicht Äh Partylist Ich glaube wir sind in keiner Party mehr Leave the party Leave the party Ich bin in einer Ich bin ein bekloppte Affe drinnen Ja wir müssen die neue Party doch machen Weißt du noch? Ich bin in keiner Party drin Äh Warte mal leave party Äh Affen Corp Nasher Quaid party Invite people Kann ich hier Oh muss ich bestimmt ausschreiben ne? Hm 10 Warum bin ich in keiner mehr drin? Weil du doch damals einmal gebannt worden bist Hast du ein Invite bekommen Hab ich vergesst Hast du die Blöcke noch bei dir? Ja Ah jetzt ok Jetzt hat er Dann wirst du wohl auch den einen Ding nicht haben Mit Genetics gerade was ich fertiggestellt hab Ist das andere jetzt bei dir fertig? Ja Und den Muttergen Wow Hab ich ja voll vergessen Ja deswegen hast du auch die Generator nicht und so Und die Drops hast du glaube ich auch nicht die 100 Stück Oh Was? Ja Die blauen Doch Die hast du bekommen? Ja Ok Die hat er wahrscheinlich noch dazu gezählt jetzt wieder Und da ist noch so eine Quest Die links jetzt Die Better Breeding ist das Die müsstest du auch bekommen haben Lol Die Slap da Ja Äh Wenn du bei Genetics Labor bist Links Ne Und dann ist da äh Better Breeding ist das obere Teil Ja habe ich auch Ok Ja dann Legendary Pack Ich kann kein Reward machen Reward Pack Reward Pack Krieg Krieg nicht Kann ich nicht machen Soll ich sie da rein werfen hier Soll ich sie da rein werfen hier Oh ja genau Weißt du ein Ender Generator vier Stück und Ender Eyes Obwohl die kann man glaube ich auch Hier reinschmeißen Ja Kann man Nice Schmeiß ich mal unten welche rein und dann geht da wieder Strom ein bisschen Oh ey Wir hätten uns so viel sparen können ne Ja Alter Wie viel Leben hab ich Oh Willi Silverblock haben wir auch Hup Hup H H Spinner 1 2 3 4 Oh das war zu weit Was ist das? Wo? Na ich hab jetzt momentan nix mehr zum zum leveln oder zum questen Noch nicht Komm bestimmt gleich noch Reicht das nicht wenn ich einfach dran vorbeilauf? Sachen Na ich glaub nicht Doch Ich hab die Generatoren alle jetzt Okay Das reicht sogar geil Natürlich nice Du brauchst du nämlich auch nur an den anderen Sachen mit vorbeilaufen Die dir noch fehlen Ja das kann ich auch mal machen Vielleicht zählt das wegen diesen komischen Blöcken da Ja Es kann vielleicht sein dass die da so irgendwie Muss ich mal schauen Dann kannst du auch mal gucken dass du bei den Trophäen mal vorbeiläufst oder so Und so hoch Oh Ah Irgendeine Küsten fertig geworden Ne Platinum Ohr hast du glaub ich noch nicht gehabt ne Hm? Platinum Ohr Hä? Hundertprozent Hundertprozent Achso die hatten wir vorher schon Okay Platinum fehlt aber noch Die ist completed Die ist Wie hieß das? Double Compress Okay Das wäre ja mehrmals Okay Ja